hallo meine lieben heute hatte ich richtig lust auf einen kleinen snack zwischendurch und zwar sind es toast brote schön knusprig von außen angebraten und drinnen käse und schinken ganz einfach und köstlich ich meine auf ich habe hier toast brot ich schneide von ihm die ränder ab so mit einem scharfen langen messer geht es ganz gut jetzt brauchen wir schinken ich habe rinder rostbeef alles geht super salami vielleicht nicht aber würde wahrscheinlich auch gehen schaut mal so drauf und nun käse drüber ich habe heute emmentaler irgendwelche so alte käse also die etwas länger reifen da würde auch sehr gut dazu passen so käse ja wohl södele toast drauf schaut mal in der pfanne habe ich etwas butter schmelzen lassen gebe der sandwich ist darüber und es ist ganz wichtig dass es nicht so heiß ist ich habe von maximal stufe 9 habe ich stufe 6 an und wir bräuchten etwas um das zu beschweren ich habe mir jetzt sowas ausgedacht das ist gut und hier hauptsache unten ist sauber kann man drauf stellen perfekt sehr schön so ein bisschen butter so schaut mal es hat jetzt circa fünf minuten gedauert muss auch perfekt schon sein super hier mache ich etwas öl etwas butter hinein noch und vorhin habe ich ja die ränder abgeschnitten jetzt habe ich sie etwas kleiner geschnitten die werden hier einfach angebraten immer wieder rühren und daraus habe ich dann krottons am ende für den salat heute abend so einfach und schnell hat man sich ganz leckeren snake zubereitet freunde vielen dank fürs anschauen bis zum nächsten video eure xenia